Versicherung Gleichgemacht So alle zusammen, Versicherung Gleichgemacht. Heute haben wir ein bisschen Nebengeräusche. Der Wind, Kinder, die spielen auf dem Spielplatz, eine Baustelle. Es ist ja so, das ist die Welt, das ist die Natur. Aber das Thema, das ich heute habe, geht eher um das Risiko, dich selbst absichern. Weil, wenn man arbeitet, ist man versichert. Ich habe schon mal die Pensionskasse nachgeschaut, steht da drin, wie man versichert ist. Aber ist man gut genug versichert, wenn etwas passiert? Ich habe gerade letztens im Fall, wo die Ehefrau abgestürzt ist. Und die hatten in Todesfall Risikoversicherung. Und dann gibt es dem Mann die Chance, um den finanziellen Schaden abzusichern. Das heisst, dort muss er sich nicht mehr darum kümmern. Aber auch, wenn er den finanziellen Schaden doppelt abgesichert hat, der Krimi hat die Möglichkeit, auch eine Auszeit zu nehmen. Weil viele brauchen effektiv keine Ruhe. Sie müssen sich einfach wieder neu finden. Ob es der Mann ist, der allein ist plötzlich, oder die Ehefrau. Ein Todesfall Risikoversicherung gibt am Hinterbliebenen die Chance, sich selbst wieder zu finden. Und später wieder ein einigermassen normales Leben zu finden. Also auch da, für sicherlich gleich gemacht. Es ist nicht ein Riesenbetrag von wem als ich rede, sondern es ist für euch. Für euch persönlich und für die Nachkommen. Das ist immer noch wichtig. Rufen wir an, schreibt mir eine Mail. www.balwas.ch.heins-chatin ist meine Internetseite. Ihr könnt jetzt sogar selber rechnen. Aber irgendetwas machen, wie ihr wisst, das ist nicht mein Stil. Rufen wir an. Ich will das, was auf euch genau zugeschnitten ist. Also, tschüss zusammen. Machen Sie gut.